Hallo, hallo, hallöchen. Überraschung. Hallo, hallo, hallo. Magda präsentiert uns nämlich heute eine Überraschungsfrage. Eigentlich wollte ich anfangen, aber die gute Magda hat sich bereit erklärt, zuerst anzufangen, weil mein Thema, ich kann es euch eigentlich schon sagen, weil Magda weiß es auch, wir werden in zwei Wochen ein Deep Dave machen in Victoria's Secret. Ich bin so gespannt, oh mein Gott. Ich auch, aber das ist so zeitintensiv, dass die Magda gesagt hat, ich habe sie gezwungen, dass sie anfängt. Nein, ist okay. Also dazu muss man sagen, ich habe ein bisschen so ein Pauline gebracht. Ich habe, glaube ich, drei, vier Mal mein Thema umgeschmissen. Ja, das kennt man ja normalerweise echt nur von mir. Nee, weil normalerweise weiß ich eigentlich immer direkt, das ist meistens allerhöchstens zwei Themen, die zur Auswahl stehen. Und dann kam noch das dazu, dann kam noch das dazu. Und dann, pass auf, ich saß letztens vor dem Fernseher und habe mal wieder, wie man es halt manchmal so macht, Sex in das Idee geschaut. Das waren so die späteren Episoden. Und da habe ich Carys Freund gesehen, diesen Russen. Das ist bestimmt, wen ich meine, ja? Petrovski, genau. Und dann ist mir eingefallen, dass dieser Schauspieler kein geringerer als Mikhail, ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht, Baryschnikow ist, der, bevor er zu Carys Freund wurde, einfach, ach, keine Ahnung, vielleicht der beste Balletttänzer ever war. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, das wusste ich sogar, obwohl ich mich nicht so gut auskenne mit sowas, aber... Sehr gut, weil, ja. Ich hatte mal eine beste Freundin, die Ballerina war. Uh, na gut, dann kennst du dich auch. Oder ist... Oh, die hört oft unsere Folgen. Also, wenn du das gerade hörst, Freundin, du wirst wissen, wer du bist, weil es gibt nur eine Freundin, die Ballett getanzt hat, die ich habe. Und Gruß an dich. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Ja, sehr cool, dann weißt du ja schon voll Bescheid. Anyways, ich bin dann in so einen Fuchsbau auf YouTube und TikTok gefallen, wie man es halt so macht, und habe mir stundenlang Videos von Baryshnikov angesehen, von Baryshnikovs makelloser Technik. Und ja, dann kam eins zum anderen und deshalb reden wir heute über die Geschichte des Titus. Uh, okay, cool. Also, auch, ich meine, Ballett, wissen wir ja alle, ist ja auch eine sehr umstrittene Sportart, weil es einfach sehr viel um Ästhetik geht. Und es gibt ja auch erwiesenerweise sehr viele Balletttänzer und Tänzerinnen, die krank werden durch den Sport auf die eine oder andere Weise. Also, es ist schon nicht ganz so entfernt von Victoria's Secret. Aber deswegen dachte ich, konzentrieren wir uns heute auf die Geschichte des Titus. Weil die ist sehr süß. Es ist auch nicht so lang, weil ich mir dachte, die Victoria's Secret Folge wird bestimmt fünf Folgen lang. Wahrscheinlich. Ja, vor allem, man weiß ja, wie kurz ich mich halten kann. Ja, genau. Also, ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar, ja, wie alles auf der Welt hat sich das Titus natürlich mit der Zeit weiterentwickelt. Also, heutzutage gibt es ein paar verschiedene Formen. Als das Titus aber zum ersten Mal auf einer Bühne verwendet wurde, war es eine absolute Weltneuheit und auch ziemlich skandalös. Weil es war kürzer als die anderen Röcke, die man zuvor verwendet hat. Und du darfst einmal kurz raten, wann das ungefähr war. Das hat mich nämlich auch überrascht. Irgendwie. Boah, ist echt schwer. Aber rein theoretisch. Ich sag jetzt einfach mal, weil ich hab keine Ahnung, ich sag 1880. Nein, viel früher. Und zwar um 1830. Okay. Ja, also schon 50 Jahre früher. Denn, denk mal drüber nach, es gibt ja die Mode des Biedermeier. Die haben wir auch schon behandelt in einer anderen Folge. Und da sind ja die Röcke auch so glockig. Und so tatsächlich sah auch das erste Tü-Tü aus. Füße, 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 genau. Und ja, wie das halt so läuft, inspiriert die Mode die Kunst und die Kunst die Mode. Das ist ein Geben und Nehmen, das wissen wir ja alle. Und genau, deswegen finde ich es gar nicht so abwegig, jetzt wo man es weiß, dass es so um 1830 entstand. Das ist nicht so genau zu sagen, wann. Das macht eigentlich echt Sinn. Ja. Man weiß nicht so genau, also die Quellen sind sich nicht ganz einig. Einige Quellen behaupten, es sei 1832 gewesen. In anderen ist es schon ein bisschen früher, in 1827. Ich konnte es nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Das sage ich jetzt nur gleich mal vorab. Aber genau, um 1830. Die erste Trägerin des Balletts war eine gewisse Marie Taglioni, eine schwedisch-italienische Ballerina, die um 1830 die Sylphide spielte im gleichnamigen Ballett La Sylphide. Wer für das Ballett die Kostüme kreiert hat, weiß man leider nicht mehr. Also wer sozusagen der Erfinder dieses Tütüs ist. Und Marie Taglioni war übrigens damals ein richtiger Superstar. Also ich kannte den Namen auch schon. Ich habe ihn schon ein paar Mal gehört und wusste aber nicht so ganz, was damit anzufangen. Aber ich habe ja auch sehr lange in der Tanzschule gearbeitet. Ich habe auch früher mal Ballett gemacht. Also der Name war mir durchaus ein Begriff. Witzigerweise noch immer. Ja. Und sie war auch so ein bisschen die Vorreiterin, was die Spitzenschuhe angeht. Also Marie Taglioni gilt so als die erste Meisterin der Spitzenschuhe zum Beispiel. Und war so damals die, ja, die Verkörperung des romantischen Balletts. Und dazu trug natürlich das Tütü extrem bei. Denn zuvor tanzten die Ballerinen in Panniers. Ja. Das war natürlich für diese Zwecke total ungeeignet. Die waren viel zu schwer und viel zu unhandlich. Also ein Ballett ist ja sehr feinmotorisch in der Regel und sehr athletisch auch. Zumindest das Ballett, was wir heute kennen. Das hat sich über die letzten Jahre natürlich nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Aber auch damals schon. Also Ballett oder Balletttänzerinnen und Tänzer waren sehr athletisch und sehr, ja, sehr filigran. Sagen wir es einfach so. Oder man benutzte normale Theaterküste. Das gab es auch. Die Form gilt heute als das romantische Tütü, was damals Maritalioni getragen hat. Das war so ein glockenförmiger Rock, der ungefähr bis zur Mitte der Wade ging. Mit sehr, sehr vielen Lagen übereinander. Das waren meistens entweder Musselin oder Talatan, was damals verwendet wurde. Was nach jeder Aufführung oder vor jeder Aufführung, besser gesagt, immer wieder gestärkt werden musste. Also es war sehr arbeitsintensiv und sehr materialintensiv. Man schätzt, dass man für so ein romantisches Ballett damals zu der Zeit ungefähr 30 Meter Stoff benötigt hat. Das lasse ich jetzt mal kurz so stehen. Das ist natürlich eine große Menge Stoff. Das war krass, ja. Und dementsprechend waren natürlich diese Tütüs auch schwer. Aber halt bei weitem nicht so schwer wie die Paniers, die man vorher verwendet hat. Und deswegen hat das Tütü zum Beispiel auch dazu beigetragen, dass die Ballerinen höher springen konnten. Sie konnten besser ihre Beine bewegen. Also es hat einfach einen Fortschritt auch für die Technik dann damals gegeben. Deswegen war das Tütü so wichtig. Das Tütü wurde im Laufe der Zeit, wie alle anderen Röcke ja auch, immer kürzer. Und so dauerte es nicht lang, bis das Tütü oberhalb des Knies endete. Was um 1985, ja, wurde ein Skandal deswegen befürchtet. Und also eine Ballerina, Virginia Suki, die damals hauptsächlich in Frankreich und Italien irgendwie tätig war, war damals in Russland zu Gast für ein Gastspiel. Und hat dann einfach, ist hingegangen und hat gegen den Willen des Regisseurs und der Schneider in diesem Balletthaus oder Theaterhaus das Kostüm gekürzt. Die haben ihr vehement davon abgeraten, weil sie befürchtet haben, dass ein riesengroßer Skandal auf sie einprasseln würde. Weil natürlich damals, 1885, die Landschaft einfach noch eine ganz andere war. Und ich meine, das haben wir in einigen anderen Folgen auch schon angeschnitten, dass auch zu diesem Zeitpunkt Knöchel noch nicht so Mainstream waren. Knöchel waren damals noch ziemlich skandalös. Da kann man sich natürlich vorstellen, was die Leute mit Knien angefangen haben. Also, ja. Aber, ja, der Skandal blieb aus. Stattdessen wurde auch durch diesen Auftritt wieder diese Länge des Tütüs zur Normalität. Also, es gab schon in Frankreich und Rom und Italien einige Tütüs immer wieder für spezielle Rollen zum Beispiel, die auf dieser Länge ungefähr waren. Aber nach diesem Auftritt und nach dieser Rückmeldung oder nach diesem Feedback und Reaktion auf diesen Auftritt, wurde diese Länge mehr oder weniger zur Normalität, besser gesagt. Und dann, jetzt bewegen wir uns in relativ großen Schritten, relativ kurze Abstände, weiter zu diesem Tütü, was wir heute kennen. Und zwar zur Uraufführung von Donröschen. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich mit Ballett auskennst, Pauline. Aber, also eigentlich nicht so sehr, wie ich das so rausgehört habe. Aber, Donröschen ist ja so eins der klassischen Balletts. Das wird ja ständig überall irgendwo aufgeführt. Und die Uraufführung von Donröschen fand 1890 statt. In der Hauptrolle eine gewisse Carlotta Brianza. Die zu diesem neuen... Schöner Name. Gell? Oh, das rollt alles so von Netzhung in diese Namen. Ich liege es. Ja, und die zu diesem neuen, modernen Ballett auch natürlich ein neues, modernes Tütü getragen hat. Das war sehr steif und stand vom Körper fast senkrecht ab. Es gibt total coole Zeitungsberichte, die das nochmal ein bisschen besser beschreiben. In denen wirklich gesagt wird, es stand, als wäre Magie im Spiel. Also es stand wirklich senkrecht vom Körper ab. Ne, wie heißt das? Waagerecht. Senkrecht vom Körper ab, genau. Es stand waagerecht vom Körper ab. Und hat den Eindruck erweckt, als ob die Ballerina in ihrem Kostüm über die Bühne flog. Richtig schön. Und das war praktisch die erste Form des heutigen Pfannkuchentütüs. Es gibt auch noch Tellertütüs. Das wird oft über einen Kamm geschert, aber es gibt minimale Unterschiede. Denn das Tellertütü ist tatsächlich das, was wir von Schwanensee kennen. Also dieses ganz, ganz flache, ganz gerade abstehende. Und das Pfannkuchentütü, das war das, in dem Carlotta Abreanza damals getanzt hat. Das ist ein bisschen fluffiger. Für ein Laienauge kaum zu erkennen, diese Unterschiede. Aber es gibt einen Unterschied und das wollte ich einfach nochmal kurz erwähnen. Denn oft wird das als Eins, also als Synonym füreinander erwähnt. Ist aber nicht wirklich. Genau. Und dieses klassische Pfannkuchentütü, was es ja damals noch war, hat sich dann in den nächsten, bis zu den 20er Jahren ungefähr nochmal weiterentwickelt und wurde zum Tellertütü. Wie gesagt, früher hat man hauptsächlich Mousseline und Talatan verwendet, um Tötüs herzustellen. Also die dann noch so flufelig waren sozusagen. Also diese klassischen romantischen Tötüs, die wir in der ersten Form praktisch schon gesehen haben. Und heute sind Tötüs kleine Wunderwerke der Schneiderkunst. Was heißt klein? Das sind Wunderwerke der Ingenieurskunst, muss man fast sagen. Denn sie dürfen natürlich nicht viel wiegen. Also wenn man sich überlegt, was Ballerinen alles leisten in Tötüs, dann das darf einfach nicht viel Gewicht haben. Also die stehen ja teilweise auch auf den Schultern ihrer männlichen Mittänzer und solche Geschichten. Da muss man einfach schauen, wie beim Camping auch, dass einfach so viel Masse mit so wenig Gewicht wie möglich irgendwie funktioniert. Und deswegen verwendet man mittlerweile meistens einen mittelsteifen Tülle aus Nylon. Der hält die Form besser als die anderen Tülles, die es gibt. Und es wird auch noch mit einem Drahtring verstärkt. Also es ist auch Metall eingearbeitet, aber ganz minimal. Also es ist wirklich sehr leichtgewichtiger Metall, der da eingearbeitet wird. Einfach, dass man diesen Stand natürlich bekommt. Und witzigerweise, man würde ja denken, dass das einfach halt normaler Tüll ist. Naja, mein Gott, dann schnallt man sich da irgendwie um die Taille. Aber es sind tatsächlich acht bis zwölf verschiedene Tülllagen. Und die oberste ist immer die längste. Also es ist dann so gestaffelt der Länge nach, dass die längste ganz oben ist und die kürzeste ganz unten. Und dadurch hat man halt diesen ausfedernden Effekt, den ja Tötüs oft haben. Dadurch wirkt natürlich so ein Tötü sehr federleicht und sehr romantisch natürlich. Ja, Tötüs sind wunderschön. Um 1950 wurde dann das Puderquastentötü noch erfunden. Also noch gar nicht so lange her. Das ist so eine Mischung aus einem Pfannkuchentötü und einem Petticoat der 50er Jahre. Also ja, dadurch war es natürlich für die damalige Zeit ein bisschen zeitgenössischer. Weil diese damaligen Tellertötüs, die ja so um die 20er rum entstanden sind, die waren damals dann schon so, naja, es sieht halt ein bisschen altbacken aus. Können wir da nicht irgendwas Moderneres machen? Und dann hat man eben das Puderquastentötü erfunden von einer New Yorker Choreografin und Tänzerin, nämlich Barbara Karinska. Und das wird heute zum Beispiel noch für den Nussknacker verwendet. Also da ist nochmal ein Unterschied zu sehen, weil es tatsächlich nicht so eine große Spannbreite hat. Es ist ein bisschen, es ist nicht so steif wie ein Tellertötü. Ich weiß nicht, ob du den Nussknacker vor Augen hast, aber... Auf jeden Fall. Man wird es heute nicht glauben, Magda. Du würdest es mir heute nicht glauben. Aber besagte Freundin und ich, das ist wirklich, wir sind seit der ersten Klasse befreundet. Und wir haben uns früher oft Ballett-DVDs angeschaut von großen Aufhörungen. Und deshalb kenne ich schon einige, also Nussknacker natürlich, Giselle. Ich war auch mal in Giselle im echten Ballett. Ah ja, Giselle zum Beispiel ist so eine Rolle, die Giselle hat immer ein romantisches Tütü zum Beispiel an. Also das ist so die Tütü-Form der ersten Stunde, genau. Das ist das beste Ballett. Wenn ihr mal in Ballett gehen wollt, geht in Giselle. Ich meine natürlich auch Schwamsee ist auch wunderschön und so. Ja, ich bin eher Team Schwamsee, wenn ich so, also wirklich, wenn ich an Ballett denke, an klassisches, exakt ausgeführtes Ballett, dann muss ich immer an Schwamsee denken. Aber es gibt natürlich noch... Aber halt auch, weil die Musik so schön ist. Ja, ich liebe Schwamsee. Ich hatte mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab mal so eine Hörspielreihe, gelesen von Karl-Heinz Böhm übrigens, über Komponisten und auch über verschiedene Opernwerke und Ballettwerke zum Beispiel. Hast du dir als Kind angehört? Ja, natürlich, weil ich war schon als Kind. Als Fünfjährige zum Schlafen gehen. Ja, tatsächlich. Nee, ich glaube, meinen Walkman habe ich mit sieben bekommen, also mit sieben erst. Ich war ein Spätzünder. Ah, okay, okay, das ist... Mit sieben kann man das schon mal langsam anfangen. Ja, ja, ja. Guck mal, da kannst du auch schon lesen. Und was machst du mit deinem Leben, wenn du dir dann sowas nicht anhörst? Also, da wird es mal Zeit. Gell? Nee, der weiß noch, da hat die Kassette über Mozart und über Beethoven und über Bach, aber die habe ich nie gehört, weil ich Bach nicht mag, und über Taykowskis Schwamsee. Und das war meine absolute Lieblingskassette. Wirklich, Bibi und Tina können einstecken. Ich habe diese Kassette rauf und runter gehört, die hat irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Also, ja, man kann schon sagen, da ist ein ziemlicher Schwamsee-Stand-In. Genau, so viel war nur dazu. Aber genau, diese Puderquasten-Tutus kennt man aus dem Nussknacker. Das sind Tutus, die um einiges weniger Radius tatsächlich haben. Die sind um einiges fluffiger. Und ist auch halt eigentlich kein Wunder, denn die Mode der 50er Jahre war ja sehr viel mit Petticoats unten drunter. Die Rockform war, also die Rockform des Puderquasten-Tutus ist an die Rockform zum Beispiel von vielen Dior-Looks und sowas einfach angelehnt, um halt für die damalige Zeit des Ballett ein bisschen zeitgenössischer zu gestalten. Rein optischer zumindest. Ja, und dann gibt es natürlich noch so normale Ballettröckchen, die auch manchmal als Tutus bezeichnet werden. Das sind einfach wie so eine Art Wickelrock, die oft aus Chiffon oder Organza zum Beispiel hergestellt werden und in der Tanzmode halt oft zum Proben vielleicht verwendet werden. Sie werden auch manchmal auf der Bühne verwendet. Aber ja, dieses Haupt-Tutu, was einem in den Kopf kommt, wenn man das Wort Tutu in den Mund nimmt, das ist, glaube ich, dieses klassische Spanese-Tutu, dieses Tellertutu, was einfach waagerecht vom Körper absteht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja schon öfter auch im Theater gearbeitet und ich fand es immer total cool zu sehen, wie die Ballerinen sich in diesen Tutus bewegen. Weil wenn man sich natürlich vorstellt, vor 200 Jahren, dass die Ballerinen in Panniers über die Bühne gehüpft sind oder in einfachen Theaterkostümen, das wirkt natürlich ganz anders. Denn heutzutage ist Ballett ja wirklich, oder Tanzen generell, eine anerkannte Sportart. Das war damals natürlich noch nicht so. Aber mit diesen heutigen Tutus und mit den heutigen Ballettoutfits siehst du ja erstmal, was Ballerinen und Ballettratten alles so leisten auf der Bühne. Also das ist ja wirklich ein Leistungssport, was die da betreiben, wo es wirklich um so klar definierte Linien auch geht und solche Geschichten. Und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass sich das Tutu... Also sie haben ja, wie gesagt, im 19. Jahrhundert einen riesen Shitstorm erwartet, als die Röcke immer kürzer wurden auf der Bühne und so weiter und so fort. Aber es wundert mich überhaupt nicht, denn natürlich das Publikum, was damals in den Theatern gesessen hat im 19. Jahrhundert und diese Ballette angeschaut hat, das hat natürlich da mit dem Einzug des Tutus erstmal richtig begriffen, was es eigentlich für eine Meisterwerke da sind, was die da angucken, diese Ballette. Und was für Athleten, Ballerinen und Ballettratten eigentlich sind. Also weil du ja nur durch die Tutus und nur durch diese im Grunde genommen ja schon sehr knappe Bekleidung beim Ballett heutzutage zumindest und für damalige Verhältnisse natürlich auch verstehen kannst, was da für eine Willensstärke auch dahinter steckt. Also ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal eine Folge dann irgendwann auch über Spitzenschuhe machen werden, weil das ist auch eine komplett andere Geschichte für einen anderen Tag. Habe ich nämlich auch erst überlegt. Aber da gab es tatsächlich gar nicht so viel zu. Ich glaube, da muss man sich wirklich mal dran setzen. Und ja, dadurch, dass ich so auf das Thema umgeschmissen habe, hatte ich jetzt genau zwei Tage Zeit, das zu recherchieren. Aber ja, ich finde Ballett unheimlich ästhetisch. Also ich frage mich jedes Mal, wirklich ungelogen. Okay, können wir bitte eine Petition starten, die dafür sorgt, dass für jedes Public Viewing von Fußball auch ein Public Viewing für Ballett stattfinden kann? Oder für ästhetische Sportarten? Weil ich bin einfach kein Fußballfan, ich gebe es zu, okay? Weil ich finde, Fußball ist einfach so unästhetisch. Und ich glaube, deswegen gefällt mir auch Ballett so gut oder Tanzen im Allgemeinen. Es gibt ja auch Latein-Weltmeisterschaften und solche Geschichten. Tanz ist so ein ästhetischer Sport und nicht weniger sportlich als Fußball. Ich meine, I'm sorry, wenn man sich anschaut, was Balletttänzer und Tänzerinnen jeden Tag leisten und was sie jeden Tag auch für Opfer bringen, um ihren Sport und ihre Leidenschaft nachzugehen. Also es gibt ja so einige Ballettfilme auch, in denen das dann immer so ein bisschen so, ja, ich will nicht sagen belächelt wird, aber ja, ah, in denen das dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird eigentlich fast schon, was Ballett für eine Hingabe auch erfordert von jemandem, der das professionell macht. Und was du auch für Ängste teilweise aushalten musst. Also ich meine, Entschuldigung, wenn ich mir vorstelle, wie oft ich umknicke im Alltag. Ich hätte einfach keine professionelle Ballerina sein können, weil spätestens mit zwölf war es aus, spätestens mit zwölf waren meine Knöchel so ausgelutscht, dass ich niemals die Sprungkraft hätte von einer Ballerina. Also, ja, anyways, auf jeden Fall, ich wollte diese Folge einfach nutzen, um ein bisschen Appreciation zu betreiben für Ballett. Weil ich finde, es ist so eine Kunstart und eine Sportart, die irgendwie, vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass es so ein bisschen ausstirbt. Einfach vielleicht aufgrund von, das ist uns so ein Zwiespalt. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie du dazu stehst, okay? Weil ich habe ja, wie gesagt, öfter schon am Theater gearbeitet. Und moderne Inszenierungen schön und gut, aber, Entschuldigung, es geht nichts über so richtig klassisch inszenierte Ballette. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich habe auch das Gefühl, bei Opern oft, also gerade unser Staatstheater hier in Mainz, die machen sehr, sehr gute Arbeit. Es ist ein sehr, sehr gutes Theater. Die gehen mit ihren Mitarbeitern sehr, sehr gut um, weiß ich aus erster Hand. Aber manchmal wird einfach zu, zu sehr aus der Box gedacht, dass es wirklich keinen Sinn mehr macht, sich manche Theaterstücke anzugucken. Und gerade bei Ballett und Oper finde ich, das sind halt auch Kunstformen. Die sind alt und das weiß man ja. Und ich finde, deswegen wirkt natürlich ein Schwanensee, wenn du das modern inszenierst, wirkt einfach komplett anders. Und ich glaube auch nicht, weil man natürlich immer versucht, zeitgenössischere oder zeitgenössischere Inszenierungen zu machen für die zeitgenössische Gesellschaft, klar. Aber ich glaube nicht, dass mehr Leute ins Ballett gehen, wenn man Ballett zeitgenössisch inszeniert. Hot take. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Naja, okay, wir kennen uns gut genug. Du kennst wahrscheinlich meine Antwort. Ich glaube, man sollte gar nichts neu inszenieren. Man sollte immer beim klassischen Lekt. Und gerade, also ich war auch schon in Theaterstücken, die waren modern. Aber mir gefällt das gar nicht. Ich denke auch, du kannst Dinge irgendwie cool, weißt du, klar, ich verstehe schon auch den Ansatz, dass man denkt, hey, nach 300 Jahren könnte man vielleicht mal so ein Stück auch ein bisschen, ja, ein bisschen dem Zahn der Zeit irgendwie anpassen. Aber mir gefällt es eigentlich nicht meistens. Also ich glaube, ich habe noch nichts gesehen, was modernisiert wurde, was mir gefallen hätte. Und gerade auch bei Ballett, ich weiß nicht, ich gehe doch in Schwanensee, weil ich Schwanensee sehen will. Das klassische Schwanensee. Und vielleicht bin ich da auch zu einfach gestrickt, wer weiß. Aber ich will dann gar kein Experiment sehen. Ich will Schwanensee sehen. Nee, ich will Schwanensee sehen. Und ich meine, ich weiß, dass klassische Stücke sind sehr teuer, okay? Also wenn du Stücke klassisch inszenierst, richtig pompös, also Opern zum Beispiel. Ich weiß, als ich mal am Theater gearbeitet hatte, haben wir eine Oper inszeniert, richtig klassisch Oper inszeniert, mit einem riesen Opernchor, einem riesen Bühnenbild. Wir hatten über 200 Kostüme. Es war eine mega Furore hinter der Bühne, auf der Bühne. Aber das Publikum hat es geliebt. Aber das ist natürlich, man weiß ja, dass natürlich die Theater sind am Struggle, das wissen wir. Okay, von daher. Aber es ist keine Lösung, den Leuten einfach nichts mehr anzuziehen. Okay, das ist nicht die Lösung, Leute. Naja, anyways. Also startet gerne eine Petition dafür. Dass Theater wieder klassischer wird. Weil, und ich meine, damit kann man ja auch werben. Ich meine, Entschuldigung, wie viele moderne Inszenierungen von Spanese wollt ihr denn noch machen? Ich finde, das kann man auch ein bisschen für sich nutzen. Das ist ja auch mittlerweile fast ein Alleinstellungsmerkmal als Theater, wenn du ein Ballett klassisch inszenierst. Das tut eigentlich auch schon wieder. Gell? Ja, also nutzt das für euch, Leute. Ich sag's nur. Aber wer weiß, Geschmäcker sind verschieden. Ja, ich meine, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das total feiern. Und ich meine, ich verstehe auch als Künstler, am Theater ist man natürlich auch Künstler, dass man nicht das machen möchte, was schon tausend Leute vor dir gemacht haben. Das verstehe ich irgendwie auch. Aber man kann ja Theater und auch Ballett und Oper klassisch inszenieren und immer wieder seinen Twist irgendwie reinbringen. Das finde ich irgendwie fast cooler. Weil ich meine, theoretisch, ich meine, guck mal, Schwansee zum Beispiel oder auch andere klassische Ballette. Es gibt ja immer bestimmte Parts oder Paars, die sowieso immer gleich sind. Also das ist ja, wenn du eine Ballettausbildung zum Beispiel machst oder ein Ballettstudium, also ein klassisches Ballett zum Beispiel studierst oder auch bei der Oper hast du ja immer die klassischen Repertoires, die du einstudierst während dieses Studiums, damit du dann hinterher auf dem Arbeitsmarkt gut dastehst und diese ganzen Paars kennst. Weil die immer wieder getanzt werden. Das heißt, die Choreografie ändert sich ja sowieso wenig. Und warum sollte man dann die anderen Sachen ändern? Ich verstehe es nicht. I just don't get it. Nee, nee. Never change a winning team, sagt man doch so schön, oder? Also manchmal muss man auch einfach Sachen beim Alten lassen, wenn sie funktionieren. Da bin ich ganz bei dir. So, Rant beendet, würde ich sagen. Gebet der Wolke schieben wir jetzt wieder beiseite. Ich finde es, also, keine Ahnung. Es ist ja wie allem, mit allem in der Welt, dass sich alles irgendwie ständig weiterentwickelt. Also wer weiß, was wir in 20 Jahren für Tütüs auf der Bühne sehen, die stehen wahrscheinlich dann wirklich senkrecht vom Körper ab. Kann gut sein. Aber ich fand es einfach so eine süße Geschichte, weil es natürlich auch so ein bisschen, ja, das Ballett nochmal in eine ganz andere Richtung auch gelenkt hat. Also ich glaube, Ballett heute wäre einfach nicht so athletisch, wie es ist, wenn die Leute immer noch Panis tragen würden auf der Bühne. Deswegen, ich fand es ganz süß. Nee, ich finde es echt spannend. Also ich stehe total auf Tütüs, ich stehe total auf Ballett. Ich liebe halt auch, ich glaube, es geht ja vielmehr in so, dass sie diese Ballettästhetik einfach schön finden. Ja, oh mein Gott, Balletcore ist nicht umsonst eine Ästhetik auf Instagram. Ja, oh Gott, ich liebe es. Ich habe als Kind auch Ballett getanzt. Und wenn ich mir heute so die Fotos von mir früher im Tütüli anschauen, denke ich auch so, oh. Ich habe auch immer noch meine alten Spitzenschuhe. Ich glaube, die passen mir sogar auch immer noch. Aber ich glaube, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Ich stehe auf Ballett. Also Leute, guckt euch mal ein Ballett an, besucht mal ein Ballett. Macht das einfach mal. Es muss nicht immer eine Netflix-Serie sein. Man kann auch mal das Haus verlassen, sich schön machen und ein Ballett besuchen. Und übrigens, ja, apropos Netflix, es gibt ja auch, man muss ja nicht unbedingt auch in, also ich meine, unterstützt die Theater. Ich glaube, das steht außer Frage. Was wären wir als Gesellschaft ohne Theater? Das kann doch wohl nicht sein. Aber theoretisch, wenn ihr keine Lust habt oder euch nicht traut, ins Theater zu gehen, es kann ja auch sein, wenn ihr sagt, ich war aber noch nie im Theater, ich weiß gar nicht, wie man sich da verhält und wie man sich da anzieht. Es gibt auch Websites mit Theateretikette, das kann man nachlesen. Wenn euch das zu viel Arbeit ist, dann könnt ihr auch ins Kino gehen, weil ich weiß, dass es immer wieder auch, ich glaube, einmal im Monat, zumindest in der Kinokette, in der ich mal zwischenzeitlich für kurze Zeit gejobbt habe, gibt es einmal im Monat eine Vorführung von einem, es sind meistens Balltoy-Ballette, die da aufgeführt werden, also nicht aufgeführt im Theater, sondern die halt gestreamt werden, ins Kino. Also ihr könnt auch einfach ins Kino gehen und euch ein Ballett anschauen. Aber schaut euch auf jeden Fall ein Ballett an, weil ich finde, also wie gesagt, das ist eine sehr schöne Kunstform, es ist eine sehr schöne, eine sehr ästhetische Sportform, hundertmal ästhetischer als Fußball, also ich weiß nicht, ich finde, wir sollten das durchziehen. Für jedes Public-Führung von Fußball, ein Public-Führung von einem Ballett, oder? Wäre nur fair. Ja, und apropos Ballettetikette, ich kann euch schon mal sagen, was ihr nicht machen sollt. Ich war vor ein paar Jahren mit meinem Freund im Ballett und der hat mittendrin einfach lautstark gegehnt. Was? Er hat noch so die Arme ausgestreckt. Oh mein Gott. Und ich saß daneben, als der Pi-Pi-Blieser des Jahrtausends und dachte so, oh mein Gott, ich will sterben. Das war schlimm. Also das nicht machen. Das nicht. Oh mein Gott, ich weiß, dass ich einmal, apropos Theateretikette, ich war einmal im Theater, das war in der Schule noch, also das war zu schuld sein. Und das war in der Oper, ich glaube, es war Carmen sogar, also ein richtig harter Tobak. Und dann saßen so Leute relativ weit vorne. Wir haben uns benommen, okay? Wir als Schüler haben uns benommen. Wir haben nichts angestellt. Und dann saßen Leute aber weiter vorne und die haben die ganze Zeit geredet. In einer Tour und dann hat irgendwann der Dirigent aufgehört zu dirigieren, hat sich rumgedreht und hat die zusammengeschissen, dass sie doch bitte leise sein sollen oder den Raum verlassen. Ich war so, yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Würde jedoch diese Kunstform. Und es war nicht mal eine schlechte Inszenierung, muss ich dazu sagen. Es war eine moderne Inszenierung, aber es war eine sehr, sehr gute Inszenierung tatsächlich von Carmen. Also, ja. Oh mein Gott, nein. Also nicht reden und einfach sich benehmen, wie man sich vermisst. Wenn ihr es langweilig findet, es wird euch keiner übel nehmen, wenn ihr aufsteht und leise und sachlich den Raum verlasst. Es wird euch keiner übel nehmen. Aber das werden euch Leute sehr, sehr hart angreifen, weil Theaternerds, was heißt nicht mal Theaternerds, Leute, die ins Theater gehen und hören Gebabbel von der Seite irgendwoher. Ja, das können die gar nicht abhaben. Und ihr werdet so viele böse Blicke ernten. Ich schwöre euch, es ist einfach, es ist hundertmal leichter, diesen Raum einfach zu verlassen, als sich diese bösen Blicke zu geben. Macht es einfach. Ja. Aber ich finde das, also ich finde das Thema richtig cool. Danke, dass du es mitgebracht hast. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es eine kurze Folge war, weil, also in zwei Wochen wird es sehr lang. Das kann ich euch sagen. Das sind lang. Aber ich wollte auch noch eine emotionale Sache kurz sagen. Ja. Weil, also wenn wir diese Folge gerade aufnehmen, ist, also wir hier, Magda und ich in dieser Gruppe hier, sind ja große Friends-Fans. Ja. Und jetzt, da wir die Folge, also wenn wir die Folge gerade aufnehmen, ist Matthew Perry vorgestern gestorben. Ein harter Schlag. Und was ich da echt kurz mal loswerden wollte, also ich war auch unglaublich traurig, als ich das gelesen habe. Also mich hat, glaube ich, selten Celebrity Toad so getroffen wie bei Matthew Perry. Ich habe wirklich zu viel geweint die letzten beiden Tage, weil man dann ja auch lauter so Videos sieht und, oh Gott, weil Friends ist halt so eine Serie, die guckt man einfach permanent. Ich war auch so kurz davor, das Thema der Folge zu ändern in Kostüme von Friends. Also, dass man die so ein bisschen auseinander nimmt. Aber es sind halt nun mal sechs Leute und das war wirklich, weiß ich nicht, da wusste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe angefangen. Ich wollte das Thema nochmal wechseln. Aber nein. Ich liebe Friends. Und es ist halt, ich meine, so geht es ja wahrscheinlich ganz vielen Menschen, dass man die Serie sieht und es fühlt sich wirklich anders, wären es deine Freunde und man fühlt sich weniger allein. Und egal, was gerade in deinem Leben so ist, es tut einem irgendwie immer gut. Ja, es ist irgendwie so beilsam für die Seele. Total. Und ich glaube, deshalb ist es auch für viele Menschen so schlimm, dass er jetzt gestorben ist. Aber was ich wirklich da kurz sagen wollte, stell dir mal vor, also man sieht ja die letzten paar Tage ein solches, also so viele Menschen trauern um ihn und reden über ihn, machen Videos über ihn und so weiter. Also so viele Menschen betrifft es irgendwie und so viele Menschen fühlen sich traurig. Und stell dir mal vor, diese ganze Liebe für ihn, die man jetzt gerade auf der Welt sieht, stell dir mal vor, das hätten sie ihm vorher schon gezeigt. Also das ist ja oft so, wenn dann Leute tot sind auf der Beerdigung, weißt du, werden die schönsten Dinge gesagt. Und man denkt sich manchmal, hätte man das der Person einfach mal eine Woche vorher gesagt. Was hätte das für einen Unterschied gemacht? Und das habe ich bei ihm halt jetzt ganz stark gedacht, weil er ja in den letzten, also er hatte ja Probleme mit gewissen Dingen und hat sich ja auch sehr einsam gefühlt zeitweise. Und stell dir mal vor, da hätten die Menschen ihm gezeigt, wie wichtig er ihnen ist und wie viel er ihnen einfach bedeutet. Und da dachte ich mir so, das sollten wir, glaube ich, wirklich alle ein bisschen mehr beherzigen in unserem Alltagsleben, dass wir Leuten öfter einfach mal sagen, wie gern wir sie haben und wie wichtig sie für uns sind und wie toll sie sind. Einfach mal ein Kompliment machen, einfach mal was Liebes sagen, weil das kann wirklich komplett deren Tag verändern, deren Woche, deren Monat. Ja. Das macht was mit Menschen. Ja, total. Total. Also hier ein kleiner Tipp an uns alle. Einfach mal ein bisschen Liebe verstreuen in der Welt. Vor allem, wenn man gerade so sieht, was in der Welt so los ist, ich glaube, das kann man gut gebrauchen. Das kann man gut gebrauchen, ja. Das kann man gut gebrauchen. Weil, pass auf, Pauline kennt die Story schon, aber es war ja Corona und mein Mann kommt ja aus Marokko, das heißt, wir konnten uns teilweise sieben, acht Monate am Stück nicht sehen und haben immer abends ge-Facetimed zum Einschlafen. Ich weiß. Sind wir nicht cute? Und ich habe dann immer zum Einschlafen am Tablet Friends angemacht und habe immer als Telefon mit ihm, also er ist auch die ganze Nacht dran geblieben meistens. Das heißt, der arme Kerl hat einfach die ganze Nacht Friends gehört und ich schwöre, jedes Mal, wenn dieses Titellied irgendwie im Radio läuft, kriegt er immer noch Gänsehaut, weil es so ein Trauma ist. Der arme Kerl. Ach ja. Aber ihr müsst es einfach mal versuchen. Friends ist wirklich eine tolle Serie. Ja. Ich habe Friends damals das erste Mal während der Modelschule geschaut und das war ein Semester, das echt hart war und ich habe gedacht, ich schaffe es nicht, weil wir, das war wirklich ein schlimmes Semester und wir hatten so viel zu tun. Ich habe meine Freunde eigentlich gar nicht gesehen, weil ich bin jeden Tag gependelt hin und her und es war einfach unglaublich viel Arbeit und boah, es war echt eine harte Phase irgendwie. Und in der Zeit habe ich Friends geguckt und das hat mir so geholfen und so gut getan und ich weiß noch, als ich dann die letzte Folge gesehen habe, ich habe wirklich geweint hinterher, weil sich das angefühlt hat, also wenn ich gerade Tschüss zu meinen Freunden sagen müsste, weil mir das wirklich so, die hingen mir so am Herzen während der Zeit und seitdem habe ich es noch 500.000 Mal gesehen. Ja. Und das ist wirklich traurig, jetzt mir vorzustellen, dass jemand von denen nicht mehr da ist. Es ist wirklich traurig. Deshalb, ich sage es, Magda weiß es, ich rede sehr viel über den Tod in letzter Zeit. Und es ist halt leider so, jeder von uns kann jeden Tag gehen, so hart das klingt. Und deshalb seid ein bisschen lieb zueinander. Ja, auf jeden Fall. Es muss ja gar nicht irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde Liebesmonolog sein, aber einfach, ich weiß nicht, sagt eurer Familie, sagt euren Freunden einfach, ich weiß nicht, regelmäßig, dass ihr sie schätzt und dass ihr es schön findet, dass sie in eurem Leben sind. Und dass sie, ich weiß nicht, ist auch so ein ganz anderes Gefühl, wenn man natürlich Freunde hat. Ich meine, das hat nicht jeder, diesen Luxus, das weiß ich, dass man wirklich gute Freunde hat. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Pauline und ich, unsere Freundschaft ist sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass Pauline auch noch andere Freunde hat. Und bei mir auch im Freundeskreis sind einige Freunde dabei, wo ich weiß, ich kann denen irgendwie alles erzählen. Und es wird niemals irgendwie so ein Judgment mir entgegengebracht. Also so eine Bewertung oder so eine Herabwertung. Also ich weiß, dass ich zu dir kommen könnte oder auch zu anderen Freundinnen und denen einfach alles sagen könnte, was mir auf der Seele brennt. Und das ist so viel wert. Also wie gesagt, ich weiß nicht, jeder kommt in diesen Luxus, solche Freundschaften zu erfahren. Aber ja, also geht einfach, geht sorglich mit euren Freunden um und sagt ihnen ab und zu mal, dass ihr sie lieb habt. Wirklich. Also so cheesy das jetzt auch irgendwie klingt und so, ich weiß nicht, so kitschig. Aber sagt es ihnen auf jeden Fall ab und zu mal. Hilft sehr viel. Ja, und fragt öfter auch mal nach, wie es Leuten geht. Wie es ihnen wirklich geht vor allen Dingen. Also wirklich mal fragen. Also nicht so, hey, wie geht es, sondern so, hey, wie geht es dir heute? Wo, was ist, wie geht es deinem Kopf? Wie geht es deinem Körper? Wie geht es, wie ist dein aktueller Zustand gerade? Was denkst du gerade? Ja, und ihr würdet nicht meinen, gerade bei Leuten, die vielleicht mit irgendwas strugglen, ein mentales Problem haben. Ich meine, habe ich ja auch. Ich habe mein Leben lang schon Depressionen und Essproblematik und Pipapo. Und ihr würdet nicht meinen, was das für Leute manchmal bedeutet, einfach so ein kleines Kompliment irgendwie zu hören. So, hey, keine Ahnung, ich mag die Art, wie du deinen Apfel schneidest. Ich finde deine Schrift voll schön. Keine Ahnung. Also, es kann irgendwas ganz Kleines sein, aber das kann für Menschen wirklich viel bedeuten. Ja, ist so. Und euch kostet das nichts. Das kostet gar nichts. Einfach mal nett zueinander zu sein. Und wirklich gerade in solchen Zeiten wie jetzt. Also, es ist, finde ich, noch wichtiger als je zuvor, einfach liebevoll zueinander zu sein. Ja. In dem Sinne, wir haben euch alle lieb. Und schaut Friends, seid lieb zueinander. Ja. Und geht mal wieder ins Theater. Unterstützt bei der lokale Kunst. Sonst noch ein Tipp? Keine Ahnung. Recycled. Reduce, reuse, recycle. Genau. Esst kein Fleisch. Esst am besten nur die Blumen aus einem Garten. Genau. Nur die Äpfel, aber auch erst, wenn sie selber runtergefallen sind. Nicht pflücken. Nee, das tut ihm warm weh. Dann bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao.